Das 94-3-RS2-EM-Orakel. Deutschland gegen Schottland. Und los geht's! Ähm, Helene, das ist die falsche Richtung. Und da kommt sie über die Flügel. Gepickt, äh, geschickt wie keine Zweite. Macht sie es etwa? Und da ist das Ding! Ja, yeah! Deutschland gewinnt. Und damit zurück ins Studio. Und damit zurück ins Studio.